Guten Morgen, meine Süßen. Ich nutze noch die letzte Stunde, bevor wir dann rausgehen. Um 9.30 Uhr ist es soweit. Und hey, ich habe gestern wieder mal einen Film geschaut. Ewigkeiten. Was ich geschaut habe, The Devil, ähm, Der Teufel trägt Prada. Ein zehn Jahre alter Film. Hast du den mal geschaut? Ich bin momentan so viel mehr im Nachschauen, wo Frauen und Geld und Macht. Und ja, es ist schon spannend. Darüber könnte man wirklich stundenweise diskutieren. Was, wenn diese Frau ein Mann gewesen wäre? Wäre das auch so oder anders? Und was wird akzeptiert in der Gesellschaft oder nicht? Also spannend. Ich mag den Film, ist gut. Nun bin ich aber dabei an meiner zweiten Woche für mein Coaching-Programm. Ich sage dir, zwölf Wochen bin ich am Zusammenspielen und ich bin erst an der zweiten Woche. In der zweiten Woche geht es um Zweifel. Und ja, kennst du das? Hast du auch Zweifel? Es gibt ja, man kann Angst haben vor den Reaktionen der anderen Leute. Oder dass man fällt, dass man das nicht schafft. Oder beurteilt wird. Oder keinen Erfolg damit hat. Oder zu grossen Erfolg damit hat. Es gibt schon viele Ängste. Unsere Interessierende ist für den Orientierungslauf. Er ist für den 19-20-2017. Um Teufel zu f hydraulic. Untertitel Also, so Kanufahren, das würde mich schon interessieren. Mal gucken. Ja, jetzt finde ich meine Kinder nicht mehr. Logisch, einfach zu gross und jeder hat andere Interessen.